Hallo, heute möchte ich euch zeigen, was ein Arduino eigentlich ist. Im Grunde gesehen ist ein Arduino eigentlich dieser Chip. Bloß, ich sag mal, die Firma Arduino ist da hingegangen, um die Programmierung und die Benutzung von so einem Mikrochip für mehr Leute zugänglich zu machen und einfacher zu machen, damit halt mehr Leute es einfacher haben, mit den Mikrochips anzufangen und Projekte mit Mikrochips zu bauen. Um alles gleich zu halten, habe ich hier denselben Mikrochip, also denselben AVR, wie der, der im Arduino Uno R3 eingebaut ist, nämlich der Atmega 328P-PU. Gut, dann fangen wir gleich mal an, was bei einem Arduino so einfacher gemacht worden ist, um diese Mikrochips für mehr Leute zugänglich zu machen. Das allererste ist die Stromversorgung. Jetzt tun wir den mal kurz auf die Seite. Und das hier ist jetzt das Diagramm oder das Pinout von dem Chip selber, also nicht den Arduino, sondern den Atmega 328 selber. Hier sehen wir, hier auf Pin 7 und Pin 8 ist VCC und GND, also Plus und Minus. Es ist leider nicht so einfach, einfach Plus und Minus auf diese zwei Pins zu geben und das war's. Sondern hier, wenn wir hier rüber gehen, sehen wir auf Pin 22 und Pin 21, GND und AVCC. Es liegt einfach daran, dieser Chip hat jetzt zwei verschiedene Seiten, nämlich einmal einen analogen Teil und einmal einen digitalen Teil. Und die haben ihre eigene Stromversorgung. Und bei anderen Chips kann es noch variieren. Und je nachdem muss man halt schauen, dass man alle VCCs mit Strom versorgt und alle GNDs mit Strom versorgt. Es ist auch so, dass wenn man jetzt Plus 1 anschließt, könnte es sein, dass dann, wenn mehrere Pins benötigt werden, dass dieser eine Pin mit dem Strom nicht ausreicht und die Leiterbahn im Chip selber durchbrennt, weil einfach zu viel Strom durchfließt. Und deswegen sollte man überall alles anschließen, auch ein paar mehrere Gründe, aber ja, so jetzt einfach mal grob gesagt, einfach alles mit Strom versorgen. Das habe ich dann hier auch schon gemacht. Hier sehen wir, auf VCC habe ich 5 Volt, auf GND, GND habe ich einfach zu Quant geschossen, also Minus. Und hier nochmal GND und AVCC. Dann gehen wir gleich mal weiter in der Stromversorgung. Was wir nämlich noch zusätzlich brauchen, ist ein sogenannter Up-Block-Kondensator. Das hier ist ein 100nF-Kondensator, also 100nF-Kondensator. Und der ist dafür da, weil dieser Chip läuft ja mit einer gewissen Frequenz. Und das sorgt dafür, dass der in regelmäßigen Abständen immer wieder Strom zieht, dann wieder nicht, dann zieht er wieder Strom, dann wieder nicht. Und diese Frequenz kann dazu führen, dass die Spannung für diesen Chip zusammenbricht. Und dass die halt unter die Grenze kommt, wo dieser Chip noch funktioniert. Und dann schaltet sich halt dieser Chip aus, weil er zu wenig Strom bekommt. Und dann resettet er und geht wieder am Anfang des Programms zurück. Ich habe in die Beschreibung einen Link getan, wo es noch ein bisschen genauer erklärt, was da mit genau los ist. Aber im Grunde gehört sozusagen zu der Stromversorgung von jedem Mikrochip. Das heißt, wenn ich jetzt zwei im Kreis hätte, müsste ich für den anderen auch eins dranlegen. Und es muss auch so nah wie möglich an der Stromversorgung dran sein, von dem Chip selber. Also nicht hier, sondern am Chip, um halt einfach diese Frequenzen auszugleichen und die Spannung für diesen Chip gleichmäßiger zu machen. Dass ihr halt einfach nicht resettet und damit dann nichts passiert. Und ja, das ist sozusagen das ganze Zeug, das man müssen muss und das man aufbauen muss, damit dieser Chip einigermaßen gut funktioniert. Was auch noch ist, als letzter Punkt, weil das hier ist momentan die Mindestausstattung. Beim Arduino ist noch ein bisschen mehr getan, aber das ist später. Aber das hier ist momentan die Mindestausstattung. Was wir nämlich noch benötigen ist, hier, dieser Chip hat hier oben einen sogenannten Reset-Pin. Wenn dieser Reset-Pin zu Ground gezogen wird, resettet sich der Chip und fängt nochmal von vorne an. Wenn er jetzt halt die ganze Zeit zu Ground gezogen wird, dann resettet er sich die ganze Zeit und dann fängt er gar nicht das Laufen an. Das wird zum Beispiel beim Arduino gemacht, indem hier der Reset-Pin auf GND gezogen wird mit irgendeinem Jumper-Wire oder so, um halt einfach den Chip auszuschalten und nur die serielle Verbindung des Atrinos zu nutzen, um halt irgendeinen anderen Chip anzusteuern über USB. Und dafür ist nämlich, damit er nicht random irgendwie auf Ground geht, ist ein sogenannter Pull-Up-Resistor, also Pull-Up-Widerstand da, der halt einfach mit 5 Volt verbunden ist oder je nachdem, was das für eine Spannung ist und diesen Pin nach oben zieht. Der ist dann meistens so 10 Kilo oben oder so, also ja, er muss einfach bloß diesen Chip auf High halten, damit er nicht auf Low geht und dann sich der Chip resettet. Bei Arduino hat man nämlich hier auch einen Schalter, den man drücken kann und der dann auch diesen Chip resettet, der macht dann halt nichts anderes, als ja, die Spannung auf 0 Volt zu ziehen und dann resettet sich dieser Chip. Wie gesagt, auch mit Reset-Pin auf GND und dann resettet sich dieser Chip auch. Und beim Arduino ist halt das mit der Stromversorgung noch etwas perfektionierter, weil, wie gesagt, das vorhin war jetzt bloß die Mindestausstattung, das man mindestens braucht, damit dieser Chip gut und zuverlässig läuft. Und beim Arduino ist halt noch etwas mehr getan. Das ist halt das, was das, ja, warum ein Arduino dann noch einfacher zu bedienen ist und ja, da ist halt alles schon vorher gut aufgebaut. Die Stromversorgung vom Arduino schaut auch so aus, dass man, man schließt ihn ja per USB an und USB stellt 5 Volt bereit. Das heißt, es wird gleich als Stromversorgung die 5 Volt vom USB genommen und damit der Chip mit Strom versorgt. Was beim Arduino dann auch ist, es ist ein Festspannungsregler da, der 5 Volt und 3,3 Volt erzeugt. 3,3 Volt wird aber normalerweise nicht auf dem Arduino selber genutzt, auf den Arduino Uno hier, sondern einfach bloß bereitgestellt für irgendwelche Schaltkreise, die 3,3 Volt benötigen. Das heißt, der Festspannungsregler, der hier oben drin ist, der ist, glaube ich, dafür da, nee, der ist dafür da, um 5 Volt zu erzeugen und dann ist noch einer da, um 3,3 Volt zu erzeugen. Hier ist zum Beispiel auch das Diagramm vom Arduino Uno Rev3, also Revision 3, und da sieht man dann halt, ja, als wenn man schnell drüber blickt, die ganzen Anschlüsse, wie das mit dem Strom gemacht ist und so weiter und ja, wie das halt einfach geregelt ist. Und neben USB haben wir dann halt auch einfach noch, deswegen hier auch ein 5 Volt Spannungsregler ist, einen anderen Eingang, der ist, soweit ich weiß, 9 bis 12 Volt und jede Spannung, die halt da rein geht oder hier unten über VIN wird dann halt zu 5 Volt und 3,3 Volt abgeregelt und mit 5 Volt wird dann halt dieser Chip versorgt und mit 3,3 Volt einfach hier. Das heißt, es ist da einfach alles drauf, was wir brauchen, damit dieser Chip richtig mit Strom versorgt ist, auch alles mit Reset, wie ich schon erwähnt habe und dann halt noch 3,3 Volt, um weitere Projekte zu benutzen. Das ist beim Arduino gemacht worden, um halt einfach so einen Chip einfacher zu bedienen zu machen, weil man muss sich jetzt nicht um das Anschließen der kompletten Stromversorgung kümmern, sondern man kann einfach bloß USB anschließen und es ist alles erledigt. Und wenn wir jetzt schon mal bei USB sind, irgendwie müssen wir uns ja auch mit diesem Chip unterhalten können und die einfachste Weise, sich mit so AVRs unterhalten zu können, ist die sogenannte serielle Schnittstelle. Hier sehen wir zum Beispiel, bei dem Chip selber, ist hier auf Pin 2 und Pin 3 einmal RxD und einmal TxD. Also Daten empfangen, Receive und Daten senden, 20. Man wird, wenn man mit Arduino schon mal gearbeitet hat, also halt der Software, dann wird man auch schon mal dieses Fenster offen gehabt haben, mit dem man sich unterhalten kann. Das ist das Fenster für die serielle Schnittstelle und da sendet man halt sozusagen über diese zwei Pins Daten hin und her. Diese Schnittstelle hier, ein D-Sub, also ein sogenannter D-Sub Stecker mit zwei reinen Pins, auch genannt RS-232, ist bei älteren PCs überall mit dabei gewesen, um eine serielle Schnittstelle bereitstellen zu können, aber jetzt bei neueren geht halt alles auf USB über. Und so hat das halt damals, ja damals ausgeschaut, mit einer serielle Schnittstelle, aber das sind mehr als bloß die zwei Pins TXT und RXT und noch eine Stromversorgen und Minus, sondern da sind noch ein paar Flusskontrollen mit dabei und den Port kann man noch ein bisschen anders benutzen, aber ja, so im Grunde ist er dafür genutzt worden, sich mit solchen Chips über die serielle Schnittstelle zu unterhalten. Hier zum Beispiel habe ich ein sogenanntes Atmel-Evaluations-Board, kurz erklärt, das ist so etwas ähnliches wie ein Arduino, bloß dass man mehrere Chips anschließen kann. Das hat eine serielle Schnittstelle, einen Programmer und noch hier ein paar Knöpfe und LEDs, einfach damit man Programm, das man testet, also dass man Programm, das man programmiert, gleich testen kann auf diesem Board und dann halt auch noch ein paar Pins, die rausgeführt werden, aber halt für jeden Chip anders. Und hier haben wir zur Kommunikation, nämlich die RS-232-Schnittstelle. Das ist hier einfach dieser Stecker, den man dann halt mit diesem Kabel vom PC rausführt und hier ist ein sogenannter Max-232 verbaut, auch mit ein paar Kondensatoren und so, denn diese Schnittstelle läuft auf 12 Volt und so ein Chip, der mit 5 Volt läuft, wird natürlich von 12 Volt einfach gegrillt und dieser Chip ist dann dafür da, um diese 12 Volt einfach runterzuregeln auf die 5 Volt, damit der Chip nicht davon kaputt geht. Aber wie gesagt, solche Anschlüsse sind jetzt eigentlich schon wenige da und es geht halt alles auf USB über, weil man schließt die Maus per USB an, man schließt die Tastatur per USB an, man kann Mikrofone per USB anschließen und man schließt auch den Atomino per USB an. Und weil halt auch alles auf USB hinläuft, gibt es auch diese Serie-Schnittstelle über USB. Das wird dann sozusagen emuliert, also da kommt dann ein virtueller Treiber drauf, der halt dann USB to Serial oder to TTL macht und dann halt sozusagen eine COM-Schnittstelle, also in Windows ist eine COM-Schnittstelle bereitstellt, um sich halt dann mit einer Serienverbindung mit solchen Chips verbinden zu können und halt auch kommunizieren. Und hier habe ich nämlich so ein USB-Board. Ja, wenn man jetzt noch FTDI-Board sucht oder USB to Serial, USB to TTL oder sonst was, dann findet man auch diese USB-Sticks, Stecker, je nachdem, wie man das sagen will. Und hier sitzt ein Chip drauf, der stellt eine Serie-Schnittstelle bereit, auf dem Computer muss dann ein Triber installiert werden und hier sehen wir dann auch GND, 5 Volt, TXT und RXD und dann halt noch ein paar Flusskontrollen, die wir aber normalerweise bei den meisten Programmen nicht benötigen. Das ist jetzt bloß bei höheren Geschwindigkeiten oder ja, je nachdem. Aber normalerweise benötigen wir hier bloß TXT und RXD. Und ja, das stecken wir einfach per USB an den Computer ran, haben gleich die Stromversorgung, wie beim Arduino, 5 Volt und GND, wegen USB. und dann können wir uns über dieses Teil mit dem Mikrochip kommunizieren, also mit diesem Mikrochip unterhalten. Und beim Arduino ist das so gemacht, die haben nämlich, wenn wir hier hinschauen, hinter dem USB-Port auch einen Chip. Wenn wir jetzt auf das Datenblatt nämlich schauen, hier ist der Atmega328 und hier ist lustigerweise ein stärkere Atmega, nämlich ein Atmega16U2. Der ist ein bisschen schneller und ein bisschen stärker, weil der muss schnell genug sein, um die USB-Schnittstelle handeln zu können. Da sieht man hier nämlich, kommt der USB-Stecker mit Plus und Minus und den zwei Datenpins. Hier sehen wir dann, werden die zwei Datenpins reingeführt, RD- und RD-Plus. Und dieser Chip macht sozusagen das gleiche wie der hier und stellt eine virtuelle Serie-Schnittstelle bereit und geht dann halt einfach weiter zu, hier unten sehen wir es, TXD und RXD. Und das geht dann einfach von den Atmega16 rüber zum Atmega328P. Und ja, das ist eigentlich genau das gleiche, was gemacht worden ist. und deswegen brauchen wir auch bloß USB, den Arduino per USB anschließen und wir können uns mit dem gleich unterhalten. So brauchen wir also sozusagen sowas nicht. Und ja, das ist auch gemacht. Was halt, wie gesagt, wieder bedeutet, es ist viel einfacher, wir brauchen nicht so eine Schnittstelle am PC und wir brauchen keine extra Chips und so, weil alles schon auf dem Arduino verbaut ist, damit wir uns mit diesem Chip unterhalten können. Noch kurz zur Kommunikation. Ich habe ja gesagt, dieser kleine Chip, der da drauf ist, ist viel stärker als der eigentliche Chip vom Arduino Uno, weil er halt schneller sein muss, um halt die Serie-Schnittstelle, um halt USB-to-Serial machen zu können, um halt einfach schnell genug zu sein für das USB-Protokoll. Und hier haben wir zum Beispiel, nämlich bei einem Arduino Micro, da sehen wir hier, da ist bloß ein Chip drauf. Und das ist nämlich deswegen, weil dieser Chip schnell genug ist, der halt darin verbaut ist, um halt gleichzeitig USB mit bedienen zu können. Und hier ist halt extra ein extra Chip verbaut worden, um halt diese USB-to-Serial-Verbindung bereitstellen zu können, um halt dann mit diesem Chip, damit man sich halt mit diesem Chip unterhalten kann. Die Sache ist halt, dieser Chip muss halt weniger Code laufen lassen, weil er halt sich nicht um die USB-Verbindung gleichzeitig noch kümmern muss. Und deswegen kann dieser Chip, ja, ein bisschen anders angesteuert werden und mehr von seinen internen Speicher und mehr von seinen Ressourcen halt dem Programm, das der Benutzer programmiert hat, bereitstellen, als halt jetzt bei dem hier, weil da muss gleichzeitig noch der Bootloader, der mit drauf ist, starten. Dieser Arduino Micro braucht zum Beispiel Ewigkeiten zum starten, verglichen zu dem, dem wenn man einschaltet, läuft das Programm sofort und da muss halt erst der Bootloader starten, speziell wenn es noch bei USB angesteckt ist und er muss halt immer USB mitmachen, um halt die Kommunikation zu gewährleisten. Aber da ist es sozusagen in diesen einen Chip verbaut und da ist ein extra Chip mit dabei, um halt das zu machen. So, dann haben wir jetzt schon alles besprochen vom Arduino, was die Hardware betrifft. Und ansonsten noch hier, das ist natürlich ein schöner Formfaktor von dem Board und die ganzen Pins, die wir hier sehen, die halt der Chip bereitstellt, sind halt dann noch schön rausgeführt, damit man Sachen anstecken kann, auch halt in der Größe, dass immer die Boards schön drauf passen und so. Und ja, wie jetzt das mit den Pins zusammenhängt, von den Pins auf dem Chip selber, dazu kommen wir dann im Software-Teil, das gehört nämlich mehr zur Software. Ja, aber ansonsten sind halt noch die Pins rausgezogen. Aber es gibt noch eine Sache, die bei Arduino gemacht worden ist, um den Chip noch ein bisschen besser zu machen und halt dann einfacher für Leute, die damit arbeiten wollen, nämlich ein Quarz. Denn dieser Chip braucht natürlich auch irgendwas, das ihm die Taktung gibt. Und diese Chips haben jetzt selber ein internes Quarz, das halt den die Taktung gibt. Das heißt, so ist dieser Chip lauffähig, auch wenn da kein Quarz mit dran hängt, wie zum Beispiel beim Arduino hier. Aber diese internen Quarz oder Oszillatoren, je nachdem wie man das nennen möchte, die laufen nicht allzu genau. Das heißt, wenn man irgendwas zeitabhängiges machen will, wie zum Beispiel irgendeine Kommunikation auf einer gewissen Geschwindigkeit oder auch eine Uhr, dann ist es mit den internen Quarzen und den internen Oszillatoren ziemlich schlecht zu bauen, weil wenn die ungenau gehen, man will keine ungenaue Uhr haben. Und dafür gibt es Quarze. Hier auf dem Blatt sehen wir Pin 9 und Pin 10 ist X-Tall, also X-Tall 1 und X-Tall 2 und ja, da kann ein Quarz angeschlossen werden oder irgendetwas anderes, das den Chip einen gleichmäßigen Takt gibt. Und ja, wenn man natürlich ein externes Quarz anschließt, das ist viel genauer als jetzt das interne und das ermöglicht dann auch irgendwelche zeitabhängigen Sachen und so weiter. Ja, das gibt den Chip halt einfach einen Takt, der einigermaßen, der gleichmäßig ist. Und hier ist es durch ein normales Quarz gemacht. Hier auf dem Diagramm sehen wir dann auch noch, wenn wir hier auf X-Tall 1 und X-Tall 2 gehen, da ist ein Megaohm-Kondensator, das Quarz und zwei kleine Kondensatoren und dann zur GND geschlossen. Das gibt halt dann den Atuino, den Takt. Hier sehen wir auch, hier ist das Quarz, da in der Mitte ist der Widerstand und da sind noch die zwei Kondensatoren. Und beim Atuino ist das halt einfach so gemacht, dass wir uns halt nicht darum kümmern müssen, dass der einen genauen Takt hat, sondern das ist einfach so. Es gibt zum Beispiel auch eine Funktion in Atuino, in der Software selber, die einen die, glaube ich, Millisekunden seit Start des Atuinos, also seitdem er Strom bekommen hat, wiedergeben kann. Die besettet dann zwar irgendwann mal, wenn die Variable voll ist, das ist irgendwie was mit 50 Tagen oder so. Und ja, dieses Quarz ermöglicht sozusagen den Atuino das genaue Timing. Und wie schon gesagt, hier, wir können auch ein anderes Quarz anschließen und dann können wir es entweder so aufbauen, wie beim Atuino oder auch die einfache Variante wählen. Also ich habe hier, wenn ich irgendwas baue, habe ich hier eine einfache Variante gewählt, nämlich einen Quarz-Oszillator oder einen Oszillator-Quarz oder ja, je nachdem, wie man es nennen will. Das ist, ja, ein Teil, das läuft erstens richtig, richtig genau. Also die sind die genauesten Quarze überhaupt, was man so bekommen kann, meines Wissensstands jetzt so. Die Sache ist auch, so ein Chip kostet ungefähr 3 Euro, 4 Euro und dieses Quarz alleine hat mich 2,50 Euro gekostet. Das gibt es natürlich auch günstiger, auch kleiner, auch weniger genau, je nachdem, wie man es haben will. Hier zum Beispiel auf dem Atuino Micro sehen wir so einen Quarz oder auf so einem Pro Mini. Wenn ich bloß im Zoom jetzt richtig gut hinbekommen, da sehen wir auch so einen Quarz und ja, je nachdem. Aber die sind halt noch ein, das hier ist auf jeden Fall noch ein Stückchen genauer als das und das bietet den Vorteil und ich habe es nicht wegen der Genauigkeit gekauft, sondern es bietet den Vorteil, dass man Plus und Minus anschließen kann und dann einen Pin einfach Plus rausführen, der die Taktung gibt. Also diese eine Pin läuft dann mit 8 Megahertz und das versorgt dann diesen Chip mit 8 Megahertz, obwohl für den ist es ein bisschen lang so, beim Atuino ist es jetzt zum Beispiel 16 Megahertz und ja, so kann man das auf jeden Fall machen. Ich glaube, eine Uhr, die damit gemacht wird, muss man im Jahr eine Sekunde umstellen oder so. Also läuft eine Sekunde falsch oder, ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sind die sehr, sehr genau, irgendwas mit medizinischer Genauigkeit oder so wurde gesagt. Ja, das war es jetzt eigentlich vom Hardware-Teil vom Atuino. Wie gesagt, wir haben die Stromversorgung, mit der der Chip mit Strom versorgt wird, was natürlich einfach über USB geregelt ist. Dann haben wir die Kommunikation über die Serie Schnittstelle, was auch über USB geregelt ist und wir nicht so ein großes Kabel dafür brauchen und weitere Sachen, die die Pegel wandeln. Und wir haben dann noch ein Quarz, das die Taktung des Chips genau hält. Und das ist eigentlich sozusagen die Hardware eines Atuinos. Es ist wirklich bloß dieser Chip und alles drumherum, was dieser Chip benötigt, um lauffähig zu sein und mit dem wir uns halt unterhalten können. Im nächsten Video geht es dann um den Software-Teil, wie was bei Atuino in der Software gemacht worden ist, um das halt mehr Leuten zugänglich zu machen und einfacher. Und warum diese ganzen Chips, die so verschieden sind, wie zum Beispiel, na, hier habe ich zum Beispiel noch, wenn ich das jetzt abziehe, einen Atuino Leonardo. Das ist zum Beispiel ein komplett anderer Chip. Das ist auch eine andere Bauform. Das ist SMD. Das ist DIP. Warum dann Atuino? Einfach überall das gleiche Pin-Layout hat, obwohl das komplett anders ist. Na, okay. Wie gesagt, das wird dann im Software-Teil gezeigt und hier die Hardware. Und ich hoffe, dass ihr es euch jetzt leicht verstanden habt, was so ein Atuino wirklich ist und dass ein Atuino nicht einfach bloß dieses komplette Board ist, sondern dass ein Atuino die Vereinfachung von so einem Chip ist und dass es eigentlich bloß um diesen Chip geht und um alles Wichtige, was dieser Chip benötigt, damit er läuft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag und bis zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.